Da ist irgendwas, was wieder Power benötigt, so wie es aussah. Komm schauen. Und wie Bruteforce ich das hier? Ah, nicht so wichtig. Wenn Bruteforce heißt, ich soll das einfach hochjagen, drehe ich das hin. Fuck. Mist. Ich bin zu panisch und dann öffnet sich die Tür nicht. So langsam hat sich die Panik aber ausgepanikt. Wir wissen ja, wie wir jetzt dem Ding ausweichen. Und ich muss überraschen, viele Ladesequenzen hier skippen. Mal sehen, ob ich alle erwische. Dann wollen wir mal wieder. Hab grad nur gehört, wo es war. Das war doch irgendwo hier. Und das Monster kommt hoffentlich nicht zurück. Ah, und dann nochmal hier rein. Ja, ja, nochmal kurz hier probieren, dass das nicht geht. So. Mal irgendwas mit Schalldämpfer. Ich glaube nicht. Können wir vielleicht dran dingeln. Ah, ne, die hatte keine Mod-Slots. Eins. Mist. Das Monster kommt. Weg hier. Da ist es. Wir müssen halt warten, bis es weg ist. Hier sind dann noch drei. Das ist hier. Fuck. Ja, die Sequenz wird so langsam auch langweilig. Brute Force it is. Und diesmal schnell. Ohne Panik. Auch der Titanic. Wo ist denn das Letzte? Das Letzte. Das Letzte. Ich hab fünf von sechs. Wo ist denn das verdammte sechste Ding? Da ist zumindest dieses thermische Control-Ding. Können wir vielleicht zuerst machen. So viel zu sechs von sechs abschießen. So. Das muss ich hier noch machen. Wahrscheinlich auch einmal ans Terminal. Komm schon. Mist, was ist da wieder passiert? Und das Viech kommt zurück. Und hier können wir nicht mal rein. Na gut, das Viech ist, glaubt, links. Da hinten ist es. So, dann schauen wir mal, dass wir das Letzte hier noch finden. Komm schon, wo sind die? Wo wäre ich, wenn ich das letzte Ding bin, das nicht explodiert? Vielleicht hier ganz oben? Nee, hier einfach in der Ecke. So. Komm schon. Lass mich raus. So. Auf zum Thermalsystem nochmal. Hier irgendwas machen. Sieht nicht so aus. Dann probieren wir es hier nochmal. Oh, ich habe ein Hilf-Item wieder gedrückt. Uh. Was muss ich denn da machen? Was heißt somehow? Kann ich nicht einfach draufschießen? Uh. Das kann ich overriden. Irgendwann noch die gleiche schöne Animation. Und nun? Und nun? Core-Control-Center. Fuck. Was ist jetzt los mit mir? Oh je. Oh je. Okay, dann wollen wir mal schnell zurück. Ohne gefressen zu werden. Mist. Na, wenigstens diesmal eine andere. Wir waren beim falschen Terminal. Ah, so oft wie ich in der Mission flatline. Keine Sorge, krieg mal hin. Meine Angst habe ich zumindest überwunden. Halbwegs. Wir kommen hier halt leider nicht raus. Okay. Wo ist hier der Ausgang? Ausgang. Komm schon. Bin ich blöd oder? Die Granate ist ganz gut für den Zweck. Ich weiß aber nicht, was ich das Spiel vorstelle. Nee, die Tür kann ich auch nicht nähen. Hä? Ich komme halt nicht mehr durch die Türen. Lieber noch eine Reckon-Granate hin. Vielleicht, wenn das Teil verschwindet. Ein Glück funktioniert hier Cover ganz gut. Nochmal eine Granate hin. Komm schon, irgendwie müssen wir doch hier wieder rauskommen. Können doch nicht alle Ausgänge versperren. Okay, das zieht sie zurück. Und jetzt hat es gespeichert. Okay, jetzt im Core Control Room. Irgendwie müssen wir hier rauskommen. Oh, da ist so Mie nochmal. Also eine Memory of Her. Äh, Memory of Her. Erinnerung an sie, von ihr. Mensch, wird Zeit, dass ich die Sprache auf Deutsch stelle. Natürlich nicht in Cyberpunk, das Spiel mal so zu Ende, wie wir es angefangen haben. Aber bei den anderen Spielen werde ich das einfach auch auf Deutsch machen. Viel angenehmer für alle. Core Control. Haben es geschafft. Irgendwie. Ah, da geht's rein. Ich wünschte, ich wünschte, ich würde die Türen hinter mir zumachen. Hättest du das mal bei den ersten zehnmal probiert. Sind wir tot? Sind wir tot? Also, das sieht so aus. Interessante Geburtstagsparty. Sehr gut, Songbird. Sind wir jetzt in deiner Erinnerung? Hallo? Hallo? So me. They're you? Some days, I'd open the window, sit on the sill, and just listen to the straight sounds. You know, life happening was somehow soothing, that now I can't hear, I can't feel anything, can you? I know, I should I, saw other visions, illusions before this. Illusions? Saw you with Reed, Myers, saw your past, don't remember? No. The black wall consumes me all. The emptiness grows. I feel it. Fill it with memories. They keep taking them away. Was ist das schrecklich? So me. In the lab a second ago. Faszinierend. Did you save me? There's a me saving your life. Another me talking to you. Taiwan Space are relative here. Faszinierend. My unit in Brooklyn. Told you about it. Remember? Ja, darin erinnere ich mich. Remember you telling me about this place. Your true home. Felt safe here. But this... So me, none of this is real. I made so many mistakes. Did terrible things. But here, back then, they never mattered. I gave myself one last chance, and you stripped me of it. Why? Why? You lied so me. Stabbed everyone in the back. I had to. I never wanted to join them for you. I... You saw... What I became because of them. You saw what I lost. I know what I've done. Know the price I've paid. What you don't know is how sorry I am. How much it all hurts. So me. So me. Oh. I can die Schallplatte auflegen. Und wir haben eine andere Erinnerung. Interessant. Da wirkt sie glücklich. Ach, was ist nur mit der Arm passiert? Oh, so einen großen Wok habe ich auch daheim. Da ist sie nicht mehr so glücklich. Hey, das gute Bier. Oh, you're the first thing you're on. Fuck me. More Eddie's than all of us put together. How's it feel? How are you gonna spend this crap? Guilty. Blowing this shithole? Come on. You could go anywhere on more than zero. You said you were bored. Heaps are lame. Das ist echt eine sehr interessante Mission. Oh je. Da fuck so me. Been calling you three straight days. Don't worry. Got everything under control. Are you fucking kidding me? Passed out in your goddamn chair last week. I spent the night making sure you didn't overheat and die. Yeah, well no one asked you to. Oh, you even hear yourself. Hey, you're the first thing. I got this new gig. Like Earthshaking. It works out. I'll be the first. They make a history. Now I just need to focus. Time. Space to think. There it is. Your new mansion. But where should it leave us? Wieso siehst du mich dabei an, bro? Hey, komm zurück. Na, du warst zu gierig. Na gut. Alles gut bei dir? Natürlich nicht, aber trotzdem. Das glaube ich nicht. Ich bin, ich bin sorry. Es ist etwas, dass ich... Du hast mich nicht verletzt. Ich bin nicht mit dir. Ich bin mir mein Haus. Meine Freunde. Ich bin alles wert. Ich bin mir. Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Ja, nein. Hard pass! Nick. Netwatch rolls up hier. Was passiert mit dir? 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 Netwatcher will know. Will lend you the eddies für dein Deck. Who let you tap into the subnet of the cafe downstairs. Understand this. I'm the one chance of keeping you safe. Your friends safe. Also. Let them get hurt. What? Is that your play? Don't know me enough. But I do know your type. And I know your answer. Just haven't admitted it to yourself yet. Let them play around. Reed war damals auch schon ein ganz schönes Arschloch. I thought if I could control the future, I feel safe always. But I should have looked to the past. Two lessons about loss. Repeated. Repeated. I've made many mistakes, me. Too many to count. Because you only have ten fingers. You all make mistakes. Shit. No, I've made my fair share. Some mistakes are irreparable. So what? Means you gotta quit? Stop fighting for yourself? Can't change the past, so me. Some memories you turn your back and walk away. It's true. We die this way. Our memories to comfort us. Na na. Ah, this wird gut. We'll make it out of here. Together. Thank you. I'll keep this moment as this memory. Just one. Back home. A friend at my side. Before it all goes dark. For one last second. I'll know I wasn't alone. What does that mean? Oh oh. I don't like that face. The black wall. We have just seconds. What? So me, where? The core. Look for me, Varen. Help me. One last time. I like this Vagina-Beleuchtung in my face. I like this Vagina-Beleuchtung in my face. Gar kein Fan von dem Roboter. So. Dann mal ran an den Core, würde ich sagen. Hier müssen wir, glaube ich, nichts mehr machen. Einfach nach unten gehen. Copy, Reed. V, finally. Blackwall's Lockdown on comms has been lifted. And it's your location now. Saw me with you? She's here. She's alive. Good. Take care of her. I'll be there shortly. We'll save her yet. Na, na, schauen wir mal. Die sieht schon relativ unrettbar aus. Also zumindest auch von dem, was du uns erzählt hast. Äh, hat, sieht das nicht gut aus. Was machst du denn da drin? Ne? So, me. Da müssen wir hier einmal jenken. Hallo, Sumi. Danke schön. So wie du aussiehst, nicht. Die haben sonst was mit dir gemacht. Ja, du bist. Du bist okay. Du bist klar. Ja, du bist hier. Du bist, das war dünnig. Ich sehe das auf deinem Gesicht. Wie du bist. Ich dachte wir hätten die Matrix und können sie retten. Wir haben auch die Sprachoption. Wir benutzen sie, 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 ich. Es ist alles gut. Wir werden alles gut. Es ist zu lange für mich. Blackwall hat fast alle mich genommen. Es ist meine einzige Hoffnung. Es ist nichts Schönes. Ich kann die Entscheidung verstehen. Was für ein trauriges Ende für Sumi. Ich glaube Reed kommt. Sieht da noch aus. Sieht da noch aus. Sieht da noch aus. Wir brauchen sie raus. Hey, wieso sind wir denn jetzt im Auto? Warum? Der ist ja nicht mein Problem, wenn du da nicht reinkraxelst. Woher weißt du das überhaupt? Was ist denn mit dem Raser da vorne los? Ich hätte es dem nicht erzählt, dass ich sie umgebracht hatte. Ich hätte einfach gesagt, wir waren zu spät. Ich war zu spät. Finde ich jetzt ein bisschen blöd, dass er das mitbekommen hat. Dachte es wäre unser kleines Geheimnis. Entschuldigung. Besser ist, dass noch mehr Experimente mit ihr gemacht werden. Wenn sie so dringend nicht will, dass hier ihre ganzen Erinnerungen hops gehen. Und der Mensch, der sie war, äh, nicht mehr der Mensch ist, der sie war. Uh, wir sind in der Pre-Check-Lane. Frag mich immer noch, wo wir sind. Hab so das Gefühl, Reed will mich umbringen. Oder ausliefern. Mensch, die machen ja auf Ernst hier. Ich glaube, er ist nicht begeistert an meiner Seite zu sein. Okay, wir müssen mal zu Reed. Natürlich. Arme Sumi. Nichts erste Mal, dass ich jemanden so trage. Also in dem Spiel. So hat das Spiel ja auch angefangen. Oh, die N-USA ist auch da. Sieht fancy aus. Ach, Mayas ist da. Geht ihr wohl wieder besser? Was macht ihr denn mit ihr? Was macht ihr denn mit ihr? Ja, ich vielleicht nicht. Was soll das heißen? Hm? Wo sieht's aus? Dann bin ich mir nicht so sicher. Hm. 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 Nicht verändert. Jetzt, wo sie wieder Leute hinter ihr hat. Ja. 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 Ich kann nicht, dass du sie versucht hast. Danke für deine Service zu den USA. Ich versuche gerade meine Waffe zu zücken. Ich versuche gerade meine Waffe zu zücken. Wie für eine Kompensation. Yay. 5000 Credits. Super. Ich hätte meinen Weg hier auch durchgekämpft. Dann wäre ich der neue Präsident geworden. Dann wäre alles besser. Hey, Reed. Ja, wohl dein zweites Versprechen, das du gebrochen hast. Irgendwie beides. Tja, wir haben jetzt aber immer noch ein Problem. Wir haben kein Gegenmittel gegen unsere, sag ich mal, Konditionen bekommen. Das heißt, wir sterben auch immer noch. Hm. Ich weiß nicht so richtig, was ich hier wählen soll. Äh, so viele Optionen muss ich ja erstmal selber durchlesen. Äh, nein. Äh, 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 äh. Mensch, der ist echt bedrückt. Und was machst du? Ah, okay, jetzt kommen auch noch Credits. Aber ich denke, wir sind noch nicht fertig mit dem Spiel. Es gibt ja noch die ganze Arasaka-Storyline. Auf jeden Fall haben wir damit irgendein Ending erreicht. Zumindest von Phantom Liberty. Aber unsere Situation hat sich ja noch nicht gebessert. Äh, 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 äh. Ich muss das irgendwie skippen. Ich kann es schließen, zumindest. Ah, dann lass mal hören. Äh, 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 wieder so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich sag mal, das nächste, was du sagst, ist, dass du eine großartige Intuition hast. Ich sag mal, du sahst, du sahst alles von Anfang an. Du und dein unrivald Rockerboy-Innuition. Ich dachte, das wäre obvious. Ich dachte, es braucht Staten. Ich dachte, es braucht Staten. Hm. Hm. Was sag ich denn da grad? Boah. Hm. Aktuell fühle ich mich ein bisschen beschissen. Den Eindruck habe ich auch bekommen. Das finde ich schön. Ich nehme das als Kompliment von Johnny. Her mit der Schart. Her mit der Schart. Kann ich nicht. So. Und was machen wir beide jetzt? Das auf jeden Fall. Ich finde er hat schon immer einen Punkt gehabt gegen Megacorporations. Ich bin in der Krieg, dann bin ich auf der Krieg gegen Arasaka. Warum habe ich Cari eine fucking Scheiße so viele Mal gesagt? Ich denke, dass ich endlich verstehe, warum ich mich nicht zu bringen konnte, zu Ried. Weil ich weiß, dass es ein Idealist, wie ich. Und ich, der nicht sieht, dass das, was er glaubt, in ihn will devour everyone, was erinnert. Ich bin nur eine Sache, die uns entfernt. Unlike me, he saw his shit through to the end. Price be damned. There. Fuckin' said it. I thought you and Reed had a lot in common. Except when it comes to being blinded by ideals, well... He can skin that cat a dozen different ways. He did everything he could to save her. That's why he'll eventually accept her being gone. I guess I was never chasing ideals. Not really. Life. That's what I was running from. And? Still running? Doesn't matter. I'm still breathing. Sort of. Just don't know what the fuck for. Na, wir müssen Adam's measure noch ausschalten. Äh. I'll start by takin' a good look at myself in the mirror. I'll really know I'm gonna fuckin' hate what I see. Hey. All right. Good talk. Get up. Those thoughts, feelings. Didn't expect that from you, Johnny. Probably because you think you've got me all figured out. No, just, uh... Didn't realize that under that prick rockaboy exterior you're... Nothing but a big old softy. Hahaha. Fuck you too. Ah. Ich denke, wir beiden verstehen uns ganz gut. So, dann nehmen wir das mal mit. Okay, Reach kontaktiert uns irgendwann wahrscheinlich noch. Darauf können wir noch gerne warten. Also nicht jetzt in dem Moment. Und dann schauen wir mal ins Journal. Ich glaube, so langsam wird es Zeit, das Treffen mit Hanako abzuhalten. Und dann die Hauptmission weiterzuführen. Ich würde sagen, wir schlafen erstmal eine Runde. Nach all dem Stress der letzten zwei Episoden, kümmert es uns wirklich mal erlauben, schön durchzuatmen. Wir warten bis zum Sonnenaufgang. Ist das nicht toll? Sehr schön. Sieben Uhr morgens. Welt dreht sich weiter. Uns rennt die Zeit immer noch davon, weil wir ein Relikt haben, das uns umbringt. Naja, dann übernimmt vielleicht Johnny. Aber wir sollten trotzdem was dagegen machen. Na gut. Aber dann würde ich sagen, reicht das für die Episode. Das war der Abschluss von Phantom Liberty. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir mit der Hauptstory weitermachen.